Moin, hallo und willkommen zurück zu Scheines. Ich renne hier immer noch in dem Schneeschwurm durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Nach der Karte muss ich hier noch irgendwo weiter, aber ich sehe nix. Null. Hier geht's nach oben. Okay, dann gehe ich hier mal hier lang. Da gibt's keinen Weg mehr. Da gibt's bestimmt noch irgendwas zum Einsammeln. Ich weiß es nicht genau. Da steht ein Dude, ein Kämpfer. Ich hoffe, der haut mir jetzt nicht auf die Mütze, weil dann bin ich kaputt. Es gibt hier eigentlich einen Speicherpunkt, aber ich sehe keinen. Doch eine Etagehöhe, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Die ganze Zeit ohne Speicherpunkt ist ein bisschen hartkommen zu geben. Vogelscheuchen. Das war also das Licht, das wir von unten gesehen haben. Hier ist alles nur eine einzige Täuschung. Ja, das Problem ist nur, irgendwann steht bestimmt einer da, der sieht auch aus wie eine Täuschung und dann ist es der echte. Ich kann hier nicht speichern, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich umgehe dich mal gerade, Kollege. Ich habe nämlich gerade keinen Lust. Er hat Kohldampf. Und er wurde vergiftet. Sie hat ihn vergiftet, weil sie die Kinder behalten will. Das ist, äh, ziemlich böse, muss ich sagen. Kokoschick. Habe ich beides blaues hacken oder habe ich beides gekriegt? So, was haben wir hier? Als sie das mitgekriegt haben, haben sie Angst gekriegt und sind abgehauen. Ja, das kann man, kann ich mir vorstellen. Oh, Mann. Ich würde auch nicht da bleiben, muss ich zugeben. Ich habe schon. Ich habe schon nur noch Probleme, Kollege. Ich kann das nicht mehr verbrauchen, dass du hier noch drin rennst. Jetzt kann ich natürlich nicht weiterklicken, weil dann greifen sie mich an. Ja, geh bloß weg hier. Geh bloß aus dem Bild. Ich muss weg. Hab noch eins. Hab noch eins. Ich möchte doch bitte speichern gerne. Kann ich irgendwo speichern? Dass hier kein Speicherpunkt ist, nervt mich gerade ein bisschen. Blauer Stoßzahn. Okay, dann gehe ich einfach weiter. Ich hoffe, ich kann gleich irgendwo speichern jetzt hier. Das macht mich langsam ein bisschen nervös. Komm schon. Oh, Mann, ich wollte mich gerade noch heilen. Ich durfte mich nicht mehr heilen. Äh. Willst du mich veräppeln? Ich durfte nie mehr angreifen. Sauerei. Oh je. Das Problem ist, dass ich da nicht mehr aufladen kann. Verbratet mir nicht eine Menge Heilung. Dann kommt der Nächste. Lauf damit. Nein. Lauf damit. Habe ich Spinne. So. Alter, ich glaube es ja nicht. Ja, wale. Und der Nächste. Au. Ja, ich hau doch. Au. 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 Heilung. Au. Hat er mich voll erwischt? Meine Heilung ist gleich alle. Ja, ich bin noch schon da. Der haut echt ganz schön zu. Ja, komm. Die Gegner sind schon ganz schön böse hier. So. Weiter geht's. Hast du ein Schild, oder was ist das? Federgewichte sollten nicht ihre Zeit verschwenden. Nur schwere Jungs dürfen hier durch. Oh. Oh. Okay. Nur schwere Jungs dürfen hier durch. Äh, und wie mache ich mich schwer? Mit meinem... ...Mähn hier? Ich bin ziemlich schwer jetzt. Ah, okay. Die anderen müssten eigentlich wegfliegen, ne? Die fliegen nicht weg, weißt du? Aber ich... ...ich fliege hier weg. Okay. Und sie ist traurig. Sie hat alle umgebracht. Okay, das ist, äh... ...zwie verstörend, muss ich sagen. Bitte ein Speicherpunkt. Ich hab hier das Sagen. Wenn Mami nicht da ist, träum ich, oder sind wir von Kindern umbringt? Oh, nein. Ich glaub... Ich glaub, ich spinne. Äh, Spucken verboten. Nicht ins Gesicht, Mann. Ich spuckst die auch die ganze Zeit. Au. Was war das denn gerade? Äh... So. Aue, Mütze. Und in die nächste Kämpfer. So. Jetzt hau ich zuerst. Und wieder auf, Mütze. Ich konnte die Untertitel leider nicht so schnell lesen, mal alles zu schnell weggehen. Das tut mir leid. Aber naja. Oh ja, ein Speicherpunkt da hinten. Erstmal speichern. Ja, endlich. Die ganze Stelle nicht speichern können. Das war schon ein bisschen nervig. Ich hab den Speicherpunkt da unten nämlich nicht gefunden. Ein Törtchen. Okay, was haben wir hier? Sie hat eine Rose gegeben. Für den Geist, oder was? Oder für die Gottheit. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich hoffe nur die Heilung und, äh... Das reicht noch alles aus hier. Wenn ich mich bekämpfen muss. Was ich blöd finde, ist, ich sehe hier immer keinen. Und dann plötzlich taucht ein Gegner auf. Das ist ein bisschen doof gemacht manchmal. Vaters Grab. Moment, zurück. Da komme ich nicht hin. Okay. Vaters Grab. Andere Seite. Muss da unten sein. Okay, wie ich da hinkomme, weiß ich aber auch nicht. Oder gibt's da irgendwie eine Möglichkeit? Hör mal Karte. Da ist Mamis Haus. Und da muss ich wahrscheinlich hin. Da unten ist auch noch irgendwas. Oder war das der Anfang? Könnte der Anfang gewesen sein. Da unten. Ich bin mir nicht sicher. Vaters Grab ist unten. Da muss ich... Komme ich da vielleicht noch irgendwie hin? Vielleicht wäre ich da hingeschleudert. Ich bin mir nicht sicher. Hier sind wir noch am Weg nach oben. Die Blumenproduzenten sind bestimmt sie, ne? Will ich jetzt Porsche überhaupt nicht? Das muss ja echt kalt sein. Die Kids rennen hier echt ohne Dingens rum. Ohne Klamotten. Finde ich ein bisschen... Oh Mann. Hör auf damit. Komm schon. Aufhören. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Lass das. Komm schon. Nein. Komm schon. Nein. Der nächste bitte. Okay. Und da muss ich zuhauen. Dann bin ich ein bisschen leise. Jetzt bin ich mir ruhig. Aber ich versuche ein bisschen zu konzentrieren, dass ich die Kombinationen irgendwie gemacht kriege. Weil die eigentlich nicht so schwer sind. Aber ich hatte schon ziemlich oft auf die Bütze gekriegt. Und man wird doch gern ein bisschen weiterkommen. Kommt das Eisfresser. Jawohl. Die sind mir immer noch ein Level voraus. Leider. So. Da ist das Haus. Da leuchtet irgendwas. Das sieht nach einer Schleuder aus. Ich muss hier irgendwas schleudern, glaube ich. Ich muss hier den Dings aufschleudern. Da muss ein Stein hin. Hier ist kalt. Ist kalt oder krank? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Du brauchst erstmal einen Min hier. Zielen. Oh. Dahin. Okay. Der steht schon mal. Und dann muss jetzt Askel, würde ich pauschal überhaupt, das hier machen, oder? Achso, nee. Askel muss das dann hier... Achso, okay. Nee, dann muss das tatsächlich keiner machen. Toll. Okay. Zieh das mal nach... Äh... Da. Okay, dann brauch ich jetzt nochmal Shadow. Denn du musst nochmal Men hier machen. Der muss da hin. Wow, das wird schon... Koff ich mal. So, Jungs, ihr müsst da weggehen, weil ich will jetzt hier ziehen. Und wenn ihr da drin steht... Okay, Askel tut mir leid. Tschüss. Äh, was? Geht das nicht, weil Askel da drin hängt? Oder wie? Oder was? Oder... Was ist hier schon der kaputt? Oder sitzt der Men nicht an der richtigen Stelle? Muss der echt... ...am richtigen Platz stehen? Immer noch nicht richtig. Es steht jetzt zu weit. Das gibt's ja nicht. So, jetzt müsst ihr da aber richtig stehen. Wenn du jetzt nicht richtig stehst... Äh... Ja. Hä? Ich bin verwirrt. Es blinkt Dingens. Da sitzt doch. Ich muss doch eigentlich die Schleuder betätigen, damit das hier weggeht. Oder bin ich jetzt doof? Dann muss ich das mit der Scale machen jetzt hier. Ne, eigentlich nicht, ne? Ich verstehe nicht, was das damit aufsetzt wird. Das funktioniert irgendwie nicht, der Mechanismus. Das heißt, ich muss das mit... ...mit dir machen. Aber kann ich das nicht manipulieren? Auf einmal. Hä? Jetzt ist das Manipulieren weg, oder was? Ach, der Meni ist schon wieder weg. Oh je. Oh je, oh je. Das ist hier schon wieder... Irgendwas ist hier schon wieder verqueren. Aber ich würde sagen, das gucke ich mir nochmal in der nächsten Episode an. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.